Recht herzlich willkommen in der Wunschkinderordination. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einem Rundgang. Mein Name ist Alexander Just. Kinder stellen unser Leben auf den Kopf. Sie bringen uns zum Lachen, lassen uns ihre Sicht auf die Welt durch ihre Augen sehen. Immer mehr Paare bleiben leider ungewollt kinderlos. Ihren Kinderwunsch wahr werden zu lassen, dabei helfen Ihnen Dr. Alexander Just und sein Team. Die Wunschkindordination ist eine private Facharztordination in Niederösterreich und Wien, die das gesamte Spektrum der Kinderwunschtherapie professionell mit mehr als 15 Jahren Berufserfahrung anbieten kann. In Kooperation mit dem Wiener Kinderwunschzentrum kann Herr Dr. Just Ihnen die künstliche Befruchtung auf höchstem Niveau mit IVF-Fonds unter seiner persönlichen Betreuung vom ersten Kontakt bis zur Erfüllung Ihres sehnlichsten Wunsches anbieten. Individuell adaptierte Therapieplanung, intelligente Hormonabklärung, besondere Therapieschemata 38+, erfolgreiche Strategien zur Verbesserung der Einnistung oder zur Verhinderung von Komplikationen Überstimulationssyndrom im Rahmen der IVF. Methoden zur Einschätzung der Eierstuckfunktion sind Schwerpunkte unserer Arbeit. Für eine stressfreie Termingestaltung stehen Ihnen Abendtermine bis 20 Uhr und Parkplätze nach der Durchfahrt zur Ordination zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020